So Leute, wir wollten jetzt einkaufen gehen, denn wir haben gar keinen Alkohol mehr und wir leben auf eure Kosten, das ist gar nicht nice, deswegen let's go. Warte mal. Wieso? Wir gehen einkaufen. Wir haben euch eingeladen, ihr seid unsere Gäste und über das Geld müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Definitiv. Wir werden gehen und Fritz wird so lange auf euch aufpassen. Aufpassen? Für was? Ja, Fritz wird ein Auge auf euch werfen. Ich will erst groß. Nicht, dass euch was passiert. Los, lass gern los. Jungs, was ist, wenn es nicht nach Plan läuft? Ja. 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 Vielen Dank.